Innovative Wege und damit eine noch bessere Performance bei der Veredelung von Baseball Caps, Füten und ähnlichen Produkten eröffnet C-Cabo mit der neuen Kappenpresse TCC Smart. Der Controller der TCC Smart verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle und lässt sich über die kostenlose Transfer-App C-Cabo Smart Transfer steuern. Diese App übernimmt nicht nur die Steuerungsfunktion, sondern verfügt über die derzeit umfangreichste im Markt erhältliche Datenbank mit passenden Transferparameter Paarungen. Dabei wählt der Kunde die passende Gewebeart sowie das gewünschte Transfermedium und erhält automatisch die passenden Temperatur-, Zeit- und Druckeinstellungen. Zusatzfunktionen wie die Berechnung von Aufheiz- und Abkühlzeiten oder ein Zeitzuschlag für die Platzierung von einer Silikonmatte sind ebenso möglich. Der Anpressdruck der neuen TCC Smart wird über ein Handrad an der Unterseite der einfach wechselbaren Basiselemente eingestellt. Basiselemente in vier verschiedenen Abmessungen sind als Zubehör erhältlich. Eine aufgezogene Kappe wird mit einem Bügel von unten gespannt. Die neue automatisch öffnende C-Cabo TCC Smart Kappenpresse ist zur professionellen Anwendung aller gängigen Heistransferverfahren geeignet.